ja also jetzt habe ich es rausgefunden ich hätte auf dieses bescheuerte zeichen hier klicken müssen oder diese drogen dieses action ding mein gott wieso sagt mir das keiner der hätte ich draufklicken müssen habe ich jetzt gemacht beweise gesammelt ich habe gesehen er hat irgendwas mit drogen gemacht und so wie mit kaiserin franz das gestern erklärt hat habe ich einfach nicht verstanden aber sie hat ja auch nur weil sie kaum englisch kann hat sie auch einfach nur so rumgeklickt und dann kam das halt so zustande okay jetzt geht es noch mal weiter schnell runter links fertig machen hier rubelik hat jetzt reicht mir aber langsam hier was war es überhaupt hier drogen 16 39 endlich report schreiben jacob manischek 2 60 39 ja schon ein bisschen abgelaufen hier aber mit der dax sind was von 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 weiß ich doch nicht wann das war ich habe mir aber kein geld mehr war es vom dritten habe ich da schon gesehen ich habe gar keinen anderen tag hier vielleicht kann ich das auch ohne irgendwie oder muss ich erst das profil machen und dann kann sein dass ich erst das profil machen muss sein name steht auch da mein gott jetzt muss ich das schon wieder sammeln das ist ja weg jetzt also wieder hoch spionierski habe ich das echt jetzt nicht mehr drin irgendwie ist das jetzt weg wieso ist das jetzt weg mach mal wieder was drogen so jetzt wieder runter hier ich weiß auch nicht ob ich erst diesen report schreiben muss hier oder oder nicht dabei dachte ich hätte es jetzt endlich jacob manischek ich kann gar keinen anderen nehmen wir haben den 7 september und was für einen tag soll ich denn bitte nehmen ne ich mach mal das profiling mail single unemployed gesammelt haben wir das 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 fuck you ich verstehe das nicht ich verstehe nicht warum sie das abgelehnt hatten das hatten sie ja schon mal abgelehnt warum ziehen die mir ständig kohle ab für den quatsch hier so ich mache es noch ein report ich weiß nämlich welche welchen tag ich da nehmen soll weil das wird ja mittlerweile richtig lächerlich oder muss ich da mehrere sammeln direktive so jetzt noch mal gucken was ist denn nicht erlaubt die produktion von drogen und genau den shit hat er ja gemacht 60 39 also 60 39 vom vierter ist ja wohl nicht oder kann ich das einfach frei lassen ich kann es nicht abschicken ich muss hier irgendwas auswählen ich hatte den vierten davor jetzt mache ich den dritten und sie ziehen mir schon wieder was ab ja hallo report rejected warum zum donnerwetter noch eins warum lehnen die das schon wieder ab ich werde wahnsinnig ach ja ok weiß ich unterbreche einfach nochmal hier und dann labere ich einfach zusammen was ich herausgefunden habe also bis denn so ich habe kurz pausiert hier ich habe es jetzt rausgefunden als datum muss man den tag nehmen an den man den auftrag erhalten hat und das war der erste also habe ich die ganze zeit falsch gemacht deswegen habe ich auch noch 300 schmacken hier den ersten musste ich auswählen und jetzt ist die polizei unterwegs kommt hier wohl auch gerade irgendwo an habe ich gerade gesehen noch ist er dort ich lasse es jetzt mal normal weiter laufen da ist schon die polizei drin und verhaftet ihn jetzt kriegt da wird ein bisschen getreten und kriegt in die fresse aber komm mal hoch hier junge ich guck mir das mal einfach ganz in ruhe hier an so jetzt ist er weg hier wird verhaftet schön wäre es gewesen wenn sie ihn noch irgendwie zusammenschlagen würden oder sowas jetzt habe ich ein bisschen geld bekommen ein bisschen geld ok apartment 2 reparieren und dicks hier finden einwohner scheiße wieso kriechen jetzt reparatur kosten 750 die habe ich doch nicht neue nachricht erhalten ich kann ja gar nichts verkaufen das blöde ich habe ja hier durch die falschen planung wie soll ich apartmen 2 reparieren ich habe kein geld da muss ich nochmal anrufen hier Collecting tenant data, repairing apartments and moving in tenants. Repairs take time. To move a tenant and click on the silhouette in front of the apartment and then choose your future tenant. Aha, hier läuft eine Zeit, jetzt sehe ich es, ich glaube, wenn man das in der Zeit, deswegen habe ich weniger Kohle bekommen. Ich müsste das jetzt eigentlich hier nochmal machen. Ich müsste das nochmal machen und was soll ich sagen, ich glaube, die meisten haben ja verstanden, um was es jetzt geht. Ich nehme zwischendurch nochmal irgendwie auf und quatsche dann irgendwie, aber nicht live. Ups, ich bin fertig. Ich mache es dann nebenbei nochmal so, so einen Zusammenschnitt von Sachen, die man so machen kann. Kommentiert oder unkommentiert, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, im Prinzip wurde es verstanden. Ich habe ja viel falsch gemacht. Es ist ja learning by doing. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte und ich habe das vielleicht auch mal überlesen und ja, dumme Leid dafür natürlich viel Spaß trotzdem noch beim Zocken. Ich klatsche das restliche Video dann zusammen. Okay, das klang jetzt ein bisschen unfein. Ich werde das zusammen tun, machen und dann könnt ihr euch das angucken, vielleicht quatsche ich noch einen Kommentar runter. Ansonsten schneide ich so verschiedene kleine Stücke zusammen, wenn es zu lange dauert, editieren und so weiter und so fort. Warum erzähle ich das eigentlich? Ich weiß es selber nicht. Also haut rein Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.